unglaubliche fanbase geschaffen also ich war nur in salzburg beim wahlabschluss mit 800 leuten unglaubliche stimmung und dann haben sich die die leute wirklich viel övpeler ehemalige övpeler die leute haben sich zwei stunden lang angestellt und zwar schon gewartet um ein foto mit dem herbert kickel zu kriegen das habe ich bei jörg heider niemals erlebt also wirklich nah also so in dieser 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 stärke beim jörg habe ich das wirklich im vergleich nie erlebt und du weißt ich bin heiderianer und immer noch wird auch jetzt vom grab dich schelten wenn das jetzige personal so bleibt wie es ist das spitzenpersonal wird der kickel die tv diskussionen massiv dominieren weil er rhetorisch und intellektuell am stärksten ist also ich gehe davon aus dass die fb erster wird aber das ist natürlich auch glaskugelgewehr zu